Schnell, einfacher zu installieren als Arch Linux und ein solides Linux-System. Die Rede ist von KashiOS. Die Linux-Distribution ist im Moment ziemlich angesagt. Auf distrowatch.com ist sie ganz oben in der Rangliste und zwar noch vor Linux Mint. Das heißt natürlich nichts, zumindest sagt das nichts über die Installationen aus, aber das Interesse ist ganz offensichtlich groß. Ich hatte jetzt eine ganze Weile Nobara auf meinem Gaming-PC. Weil meine Erfahrungen mit der Nobara-Paketverwaltung allerdings nicht so toll waren, habe ich beschlossen, jetzt KashiOS drauf zu machen. Hier will ich euch jetzt den Einstieg in mein neues System zeigen. Aber warum eigentlich KashiOS? Weil ich mich mit Arch Linux besser auskenne als zum Beispiel mit Fedora, wollte ich zurück zu einem Arch Linux-basierten System. So wie KashiOS. Wenn es dann Probleme mit den Updates gibt, dann weiß ich wenigstens, was ich tun muss und kann die Probleme auch selber lösen. Deshalb habe ich vor zwei Wochen KashiOS installiert und bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden damit. KashiOS ist ja ziemlich angesagt. Ihr habt vermutlich schon mal davon gehört. Es gibt eine ganze Reihe von Videos dazu. Was mich aber daran reizt, KashiOS ist ein vorkonfiguriertes Arch Linux. So wie meine langjährige Distribution an Tergos dies leider nicht mehr gibt. Mit Software aus den Arch Linux Repositories ist es Bleeding Edge. Also die Software ist top aktuell. KashiOS ergänzt das um eigene Paketquellen und angepasste Können. Auf der anderen Partition in meinem Gaming-PC läuft übrigens noch Manjaro. Das ist im Moment noch mein Produktivsystem. Und das hat aber ganz komplett eigene Paketquellen, ist damit nicht ganz so aktuell wie ein richtiges Arch Linux. Was ist an KashiOS eigentlich so besonders? Zum einen hat KashiOS den Ruf, sehr schnell zu sein. Die Distribution bringt neben Optimierungen einen angepassten Linux-Körnel mit Bohr-Scheduler mit, der dafür sorgt, dass das Linux-System bei der Verteilung der Rechenzeit andere Prioritäten setzt und schneller auf Eingaben reagiert. Manche Prozesse, etwa das Rendern eines Videos, können dann zwar länger dauern, aber durch die prompte Reaktion auf Eingaben fühlt sich das System schneller an und nervt dafür weniger mit Wartezeiten. Die Software in den KashiOS-eigenen Paketquellen ist für bestimmte CPU-Gruppen optimiert. Auch das soll das System flotter machen. Für mich ist dabei ein anderer Punkt ausschlaggebend. KashiOS nutzt die originalen Arch Linux-Paketquellen plus noch ein paar eigene. Liefert also damit einen bequemen Weg zu einem vorkonfigurierten Arch Linux. Das hat auch einen Sicherheitsaspekt. Die paar KashiOS-Entwickler, und es sind wirklich nicht viele, müssen sich nicht um Updates für alle Systempakete kümmern. Für die Sicherheit des Systems ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Sollten Updates mal ausbleiben, kann ich auf Arch-Pakete ausweichen und im schlimmsten Fall das installierte System auf ein reines Arch Linux umstellen. Also, falls es das KashiOS-Projekt irgendwann nicht mehr geben sollte. KashiOS braucht mindestens 3 GB Arbeitsspeicher, 30 GB Plattenplatz auf einer Festplatte oder SSD und eine stabile Internetverbindung für die Installation, weil da viele Pakete aus dem Internet heruntergeladen werden. Das ISO-Image zur Installation gibt's in zwei Varianten. Einmal für Desktop-PCs und das andere Mal für Gaming-Handhelds wie das Steam Deck. Ich nehme hier natürlich ersteres. Zum Ausprobieren habe ich KashiOS erstmal probeweise auf meinem Test-Notebook installiert, einem alten ThinkPad X1 Carbon. Und dann habe ich's erst auf meinen Gaming-PC losgelassen, der hat drin einen AMD Ryzen 3700X, eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti und 32 GB RAM. Das KashiOS-Image bringt ein Live-System mit. Um es erstmal auszuprobieren, lade ich die ISO-Datei runter und verfrachte die zum Beispiel mit Balena Etcher auf einen mindestens 8 GB großen USB-Stick. Den stecke ich an und starte dann den Rechner vom Stick. Dazu muss ich beim Starten eine entsprechende Taste drücken. Bei meinem X1 ist das zum Beispiel die Enter-Taste, bei meinem Gaming-PC ist es F11, um ins Boot-Menü zu kommen. Da wähle ich dann jeweils den USB-Stick aus und starte das Live-System. Das Live-System bringt einen KDE-Plasma-Desktop mit und den Dialog KashiOS Hello. Der hält einige Links bereit und einen Button, der heißt Launch Installer, zum Starten des grafischen Installers Calamares. Calamares ist ein distributionsunabhängiger Installer, den mittlerweile viele Distributionen einsetzen. Die Sprache des Live-Desktops ist Englisch, die Tastaturbelegung US-amerikanisch. Wer damit also mehr machen möchte, als die Installation zu starten, muss sich umgewöhnen oder die Tastenbelegung und Sprache in den Plasma-Einstellungen ändern. Bei mir funktioniert soweit alles, daher schreite ich direkt zur Installation. Mit Launch Installer im KashiOS Hello-Dialog starte ich Calamares. Dann prüft das Tool erstmal, ob eine Internetverbindung steht. Wenn das nicht der Fall ist, dann startet der Installationsassistent gar nicht erst. Gleich zu Beginn muss man den Bootloader wählen. Bei mir werden Grub und Limine angeboten. Und ersteres ist vorausgewählt. Das lasse ich so. Dann endlich öffnet sich das gewohnte Calamares-Fenster. Die KashiOS-Entwickler haben das Menü an den unteren Fensterrand verlegt. Die Reihenfolge ist aber wie bei allen anderen Distributionen. Zunächst bestätigt man die Sprachauswahl Deutsch mit Weiter. Ebenso wie die Region. Bei mir ist das Europe und Berlin für Deutschland. Die Tastatureinstellungen lasse ich ebenfalls auf der Voreinstellung German und Default und klicke auf Weiter. Dann wird's spannend. Denn als nächstes steht die Partitionierung an. Wenn noch eine andere Festplatte im Rechner steckt, dann müsst ihr jetzt wirklich genau hinschauen. Sonst ist schnell ein parallel installiertes System oder eine Datenpartition weg. Wer kein Backup gemacht hat, sollte jetzt abbrechen und das erstmal erledigen. Sicher ist sicher. Am einfachsten ist, wie immer bei der Linux-Installation, wenn Calamares die ganze Festplatte verwenden darf. Sind mehrere im Gerät, kann man oben auswählen. Dann ist Festplatte löschen die richtige Auswahl. Außerdem kann man hier festlegen, dass das System verschlüsselt installiert wird. Bei einem Notebook, das auch mal das Haus verlässt, würde ich das in jedem Fall machen. Dazu setze ich den Haken bei Verschlüssel System, damit das neue KashiOS komplett verschlüsselt installiert wird. Außerdem muss ich dazu natürlich noch ein Passwort oder besser gesagt eine Passphrase eintippen und das nochmal wiederholen. Schließlich noch den Platz für den Bootloader auswählen und es kann mit Weiter zum nächsten Schritt gehen. Jetzt geht's an die Desktop-Auswahl. KashiOS bietet die ganze Fülle der Oberflächen aus den Arch Linux Repositories. In der Liste tauchen bekannte große Desktop-Oberflächen wie Plasma, Gnome, XFCE und Cinnamon auf, aber auch Neues wie Cosmic oder schlanke Oberflächen wie Sway und Openbox. Eine Vorschau daneben zeigt schon mal, wie sie in etwa aussehen. Ich entscheide mich für das solide XFCE und klicke auf Weiter. Hier soll man laut KashiOS-Wiki erstmal nur eine Oberfläche auswählen, ich habe aber testweise mal versucht mehrere auszuwählen und dann ist prompt Kalamares abgestürzt. Also erstmal nur einen Desktop. Keine Sorge, weitere Oberflächen lassen sich später nachrüsten. Im nächsten Schritt kann ich weitere Pakete zur Installation hinzufügen, zum Beispiel Printing Support, wenn ich einen Drucker anschließen will. Dann lege ich noch eine Benutzerin an, vergebe ein Passwort und gebe dem Rechner einen Namen. Jetzt noch schnell die Übersicht prüfen und mit Installieren geht's los. Kalamares lädt dann alle nötigen Pakete runter, um sie anschließend zu installieren. Schließlich noch das Häkchen bei Jetzt neu starten setzen und auf Erledigt klicken. Ich habe mich beim Desktop für XFCE entschieden. Denn egal, was ich sonst noch für andere Desktops ausprobiere und ich mache das immer wieder, das ist der, der mir am wenigsten im Weg umgeht. Der ist einfach da und macht, was er soll. Parallel andere Desktops zu installieren, ist in der Regel kein Problem. Man findet dann halt im Menü öfter mal so Anwendungen von anderen Desktops. Dann ist es ein bisschen voller, aber ja, wenn die nicht so riesig sind, dann ist das nicht tragisch. Das frisch installierte XFCE sieht allerdings ein bisschen altbacken aus, das lässt sich aber leicht beheben. Das schlichte Anwendungsmenü ohne Suchfunktion will ich durch das Whisker-Menü ersetzen. Das ist bereits installiert und ich muss es nur noch in die Leiste packen. Dazu Rechtsklick auf die Leiste, Leiste auswählen und neue Elemente hinzufügen. Da suche ich nach Whisker, klicke den Treffer an und dann auf Hinzufügen. Jetzt muss ich es nur noch von ganz rechts nach ganz links verschieben und das alte Menü entfernen. Mit Rechtsklick unter Eigenschaften kann ich es weiter konfigurieren und zum Beispiel den Text Anwendungen zusätzlich einblenden. Wenn ich vorne noch ein Leerzeichen hinsetze, dann schaffe ich außerdem ein bisschen Abstand zum Icon. Das Hintergrundbild ist schnell ausgetauscht. Ein Rechtsklick, dann auf Schreibtischeinstellungen und dann eins auswählen oder unten bei Ordner eins von der Festplatte raussuchen. XFCE sieht im Standard-Outfit trotzdem noch ein bisschen langweilig aus. Deshalb lade ich mir noch ein hübsches Theme und Icons runter. Und natürlich kann man da noch viel mehr machen, zum Beispiel die untere Leiste durch ein schickeres Dock ersetzen oder sowas. Wenn euch das interessiert, also XFCE aufzuhübschen, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann mache ich dazu einfach mal ein eigenes Video. Die Softwareauswahl von KashiOS ist schlank. Das heißt, das System drückt mir nicht viele Anwendungen aufs Auge und ich muss die hinterher entrümpeln, sondern ich kann mir weitgehend selbst aussuchen, was ich benutzen will. Firefox ist vorinstalliert. Mail-Programm fehlt. Sowas wie GIMP und LibreOffice fehlt auch erstmal. Dafür ist das praktische Kommandozeilentool duft zum Anzeigen der Festplattenbelegung schon dabei. Wenn ihr das noch nicht kennt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ich euch in der Beschreibung unten verlinke. Als Shell ist FISH eingerichtet. Ich habe bisher ZSH benutzt, das heißt, ich kann da noch nicht viel zu sagen, außer dass es erstmal alles schön bunt aussieht. Was die Softwareinstallation angeht, fühle ich mich in KashiOS sofort zu Hause. Auf der Kommandozeile kann ich mit Pac-Man schalten und walten. Für Software aus dem AOR ist Paru vorinstalliert. Wer es lieber grafisch mag, hat gleich mehrere Optionen. Einige davon erreicht man über Buttons in KashiOS Hello. Um anfangs zum Beispiel schnell wichtige Programme nachzurüsten, sind die Buttons des Hello-Dialogs ganz praktisch. Hier gibt es einmal Apps installieren. Da finde ich zum Beispiel sowas wie GIMP, Thunderbird und LibreOffice Fresh. Aber ohne eine Suchfunktion ist das ganz schön mühselig und vieles fehlt da auch. Das ist eher sowas zum Stöbern. Wenn ich stattdessen Apps Tweaks und dann KashiOS Package Installer anklicke, dann startet das KashiOS Paketinstallationsprogramm. So steht es hier dran. Das hat oben wenigstens eine Suchfunktion und im Reiter Repo bietet es außerdem sämtliche Pakete aus den Paketquellen an. Hier setzt man einfach ein Häkchen vor zu installierende Programme und klickt auf das etwas schräg übersetzte Installieren Sie. Ich zeige euch das am Beispiel von Thunderbird. Letztlich öffnet das Tool nur ein Konsolenfenster und installiert die gewählten Pakete mit Pac-Man. Dort muss man nach der Passworteingabe die Installation nochmal mit Enter bestätigen. So richtig überzeugt mich das jedenfalls nicht. Aber es ist noch ein drittes Tool dabei. Und das ist am Ende des Tages eigentlich so meiner Meinung nach das Tool der Wahl zur Installation von Software. Und zwar heißt das Octopi. Das ist ebenfalls vorinstalliert. Ich kann nach Paketen suchen oder die Auswahl auf einzelne Gruppen beschränken. Ich kann das AOR einbeziehen oder nur aus den Paketquellen installieren. Hier kann ich ganz leicht alle Tools einrichten, die ich brauche und auch Pakete wie Artwork oder Plugins für XFCE oder Flatpak nachrüsten. Oben gibt es ein Suchfeld. Um etwas zu installieren, klicke ich den Namen rechts an, wähle Installieren. Und wenn dann alles ausgewählt ist, dann klicke ich oben auf den Haken und Octopi legt los. Jetzt muss ich erstmal alle meine Lieblingstools installieren. Also beispielsweise mein Schreibtool Obsidian, die Bildbearbeitung Gimp, den Passwortmanager KeePassXC, OBS Studio zum Aufnehmen und Streamen, MPV für Videos, Discord zum Chatten und noch einiges mehr. Und dann gibt es hier in KGOS Hello noch einen anderen Button. Mir widerstrebt es zwar ein bisschen, eine große Auswahl von Paketen auf einen Rutsch zu installieren, anstatt sie einzeln gezielt auszuwählen. Aber das ist ein Gaming-PC und ich will sowohl Steam als auch Lutris, Heroic Games Launcher, Proton, Wine, Mango Hut und Co. nutzen. Und die stecken alle mit drin in diesem einen Skript. Samt ein paar Bibliotheken mehr. Also versuche ich das mal, um auch das richtige KashiOS-Erlebnis zu kriegen. Also, um die von KashiOS favorisierten Gaming-Tools zu installieren, öffne ich den Hello-Dialog, wechsle dazu Apps Tweaks und klicke auf Install Gaming Packages. Jetzt gebe ich mein Passwort ein, wähle im Terminal-Fenster bei vier Paketen aus, aus welcher Paketquelle sie installiert werden sollen oder bestätige die Abfragen einfach mit Enter. Dann zeigt mir Pac-Man an, welche Pakete installiert werden sollen. Ein Blick zeigt, was alles dabei ist. Ich habe das mal durchgeguckt. Da sind zum Beispiel die Kompatibilitätsschichten Wine und Proton dabei, Steam, Lutris, Heroic, Mango Hut und das Konfigurationstool G-Overlay. Insgesamt wird da ein knappes Gigabyte an Daten runtergeladen. Das bestätige ich mit Enter und erfreue mich dann an der an Pac-Man oder das KashiOS-Logo erinnernden Fortschrittsanzeige, in der so ein simpel animiertes C die kleinen Os frisst. Anschließend finde ich die Tools im Anwendungsmenü und kann sie wie gewohnt einrichten. Und damit wird es Zeit für ein kleines Fazit. Bisher macht sich KashiOS auf meinem Gaming-PC ziemlich gut. Die Installation hat mir nicht die Platte mit unnützem Zeug vollgemüllt und bisher läuft alles ohne Probleme. Die Paketverwaltung mit Pac-Man fühlt sich für mich vertraut an. Wenn es da mal hakt und damit ist bei Arch Linux auf jeden Fall zu rechnen, weil irgendwelche Pakete nicht gleichzeitig in den Repositories angekommen sind und man einfach einen Moment warten muss oder weil die Schlüssel mal nicht aktuell sind, irgendwas ist immer, dann weiß ich aber wenigstens, wie ich die lösen kann. Wer sich mit Pac-Man nicht auskennt und Arch Linux nicht kennt, dürfte sich in KashiOS trotzdem schwer tun. Es gibt mehrere Stellen zum Software installieren und woher wissen die meisten Leute, was jetzt da die richtige ist. Wenn das Update mal Probleme macht, gibt es in KashiOS Hello zwei hilfreiche Buttons. Welche ich davon klicken muss, muss man aber trotzdem selber wissen. Für den Linux-Einstieg scheint mir KashiOS daher eher nicht geeignet, auch wenn es schnell installiert ist. Außer natürlich, man hat Lust, sich ins Arch Linux-Wiki einzulesen und diese steile Lernkurve in Kauf zu nehmen. Für mich jedenfalls war KashiOS ein schneller Weg zu einem vorkonfigurierten, ordentlichen Arch Linux, ohne dass ich diese ganze Installation entweder mit dem Kommandozeilen-basierten Arch-Installer machen hätte müssen oder einzeln selber die Skripte aufrufen. Wenn ihr Fragen zu KashiOS habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr doch lieber eine Fedora-basierte Distribution ausprobieren wollt, dann werft doch mal einen Blick in mein Video zu Nobara Linux. Das verlinke ich euch hier irgendwo und der Link ist auch unten in der YouTube-Beschreibung. Ansonsten lasst mir gerne ein Like für das Video da, abonniert den Kanal für weitere Linux-Videos und bis zum nächsten Mal.